Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days Gone. Weiter geht's Leute, weiter geht's. Wir haben aber stehen geblieben. In der letzten Folge haben wir alle Nester weggeballert. Alle abgefackelt quasi. Und jetzt geht's sneaky weiter. Letzte Folge, nicht einmal erwischen lassen. Hier müssen wir mal ein bisschen gucken in der Loot, Leute. Wir müssen den Loot mitnehmen hier in so einer City. Das Ding ist, wir könnten hier auch sauber machen halt. Wir könnten hier auch alle wegballern. Aber ich bin mir auch unsicher, die bewegen sich manchmal ganz schön blöd. Oh, er hat mich gesehen. Okay, die ist halt... Ich sag gerade noch leise und so. Ich hab halt Auto-Aim aus, Leute. Das Ding ist, ich muss die eh alle erschießen eigentlich. Guck mal, es ist aber nur noch der eine. Okay, es war nur noch der eine. Warum sammelt der eigentlich die Ohren? Kann er mal sterben jetzt? Eigentlich dürften die anderen mich doch aber nicht hören, oder? Weil ich hab ja einen Schalli. Mr. Schalldampfer. So, pass auf. Als ob! Okay. Das heißt ja, das hieß ja auch, wir sollen hier ein bisschen säubern. Ich weiß auch nicht, warum der die Ohren sammelt. Ich hab keine Ahnung. Das Ding ist, mit der Piste musst du ja schon ein bisschen näher ran. Weil wenn ich jetzt von hier schieße, kann es sein, dass ich nicht treffe. Alter, wie viel der aushält. Wie viel Schuss hab ich noch? Zwei? Ein bisschen mehr ist es noch. Aber jetzt kann ich hier erstmal looten. Hier sind viele Autos gewesen. Drück mal die Daumen, dass da Muni drin ist. Verbände. Naja. Ein bisschen Muni wär nicht schlecht. Wenn jemand ne Frage im Chat hat, dann bitte... WOOOOO! 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 Da ging kurz was in die Hose, glaub ich. Na, schön warm. Wenn man ne Frage im Chat hat, bitte das at-Chris-Play davor. Dann wird das mir rot angezeigt und dann weiß ich, dass ihr ne Frage habt. Ansonsten guck ich da nur sporadisch hin. Alter! Der Stift sitzt. Alter! Oh, hier ist Alarmanlage. Scheiße! Das reicht mir jetzt. Okay, die, die rot blinken. Schon mal nicht öffnen. Memo an mich selbst. Okay, hier waren wir schon drin. Dann lass uns jetzt hier nächste Mission machen. Ähm, wir sollen in die Garage. In die Garage. Hier hat man alles gelootet. Außer halt, hier gibt's noch... Sprit. Oh. Sprit. Dingsbums. Können wir den töten eigentlich, den Zwerg? Das Ding ist, die gucken mich ja einfach an. Das heißt, ich könnte die doch... Locker, flockig... Können wir das hier nicht einfach wegschieben? Was ist denn das für ne Memme? So, er hat gesagt, übers Dach. Können wir hier hoch einfach? Nee, können wir hier hoch? Auch nicht. Ja, hier, deswegen ist die vorgeklettert, war die Sau. Das hieß ja, wenn ich den zu nahe komme... Hab ich eigentlich auch eine Nahkampfwaffe? Ja, war den Basie eigentlich. Ja, so ist's gut. Ja, Mann, sag, Junge. Putz. Runde Baseball, Junge. Geile Kiste. Das mag ich, mach ich. Schön. Kinder verprügeln, jawoll. Ach, guck mal, hätte ich auch ne Flasche gehabt. Naja. Okay. Und drin. Noch mehr Krabler oder was? Komm doch, du Zwerg. Zwergnase. Putz, Junge. Juggi, Juggi. Juggi, Junge, Pluto. So, jetzt können wir mir noch Mollis herstellen. Das werden wir gleich mal machen. Zwei Stück, perfekt. Was nicht heißen soll, dass ich die benutze. So. Krass. Wir sollten uns mal heilen. Wir haben hier nämlich... Wir haben hier nämlich voll. Wir sind schon wieder voll, quasi. Ist denn schon wieder Wochenende? Ich lebe schon wieder in meiner eigenen Welt. So. Was will er denn jetzt eigentlich in der Werkstatt? Der wollte doch irgendwas holen. Hast ein toller Mann gesucht, was? Dachte, er springt mich wieder irgendwas an. Okay, wir haben schon mal Muni. Das ist schon mal nice. Hier muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein. Eine Benzinpumpe? Erstmal looten wir das Auto, Diggi. Erstmal machen wir hier den Polen und nehmen alles mit. Da ist eine Benzinpumpe. Was sind Ripper, Leute? Das haben wir noch nicht erfahren, richtig? Oder habe ich nicht aufgepasst? Nee, das haben wir noch nicht erfahren. So, aber hier komme ich nicht raus. Das heißt, wir müssen wieder... Wie kommen wir jetzt hier raus eigentlich? Wieder durchs Dach, oder was? Oder was? Oder wie? Oder wo? Nee, vorne raus. Guck mal. Warum ist er da nicht einfach reingegangen? Halt durch, Busman. Ich komme. Oh, Scheiße. Ich komme, Diggi. Ich komme. Schottgang ist ausgewählt. Okay, okay, okay. Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir! Scheiß Arschlöcher! Du musst hinabsteigen, Weikermann, denn du bist verirrt und wir gefunden. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner, der gefunden hat. Du bist der Verirrte. Du bist verirrt. Alter, was ist denn das für Freaks, ey. Krass. Deckung. Geh hinterher etwas in Deckung, in dem du dich daneben beduckst. Drücke Kreis um dich. Oh ja, das haben wir doch schon die ganze Zeit gemacht, Diggi. Das ist ein Ripper für den Scheiße. So, Schulterwechsel. Hä, aber wo sind ihr da? Hier ist schon einer tot. Warte mal, wir machen das mit der Piste. Hey, hier drüben! Ihr Dreckskerle! Weg von ihm! What's, Junge? Arschlöcher! Kommt schon! Wer braucht Auto-Aim? User. Ich töte sie alle. User, komm. Oh mein Gott. Scheiße. Äh, komm, ich helfe dir hoch. Geh schon. Nein, 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 es geht nur für uns hoch. Scheiße, wir müssen weg, Mann. Also. Sie mich erwarten, sie... Woah. Fuck. Die kamen, die kamen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiße Arm. Im Ernst, nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Ah, scheiße. Los, los. Head up, du Ripper! Diggi, was für Ripper. Diggi, was für Ripper. Werde mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich geh raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Hast du klar? Ja. Gut. Ich seh beim Nero-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Warte, lass mein Bike nicht da. Nein, 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 ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich hab Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey. Lass meine Flinte hier. Ah, Buser. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühl mich ohne sie so nackt. Aber, 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 der kann mir doch nicht, der kann mir doch nicht die Flinte wegnehmen. Dann treff ich doch nix mehr. Alter, habt ihr den Arm gesehen? Der sah schon übel aus. So, wisst ihr was? Ich hätte vorher nachladen sollen. Ich hätte vorher nachladen sollen. Dann hätte er mich jetzt mehr genommen. So, Waffenschrank. Neues Objekt. So, Primärwaffen verfügbar. Null vor Null. Handfeuerwaffen eine. Spezial. Was haben wir denn da drin? Ui, oh. Na, Armbrust. Diggi, Daryl, lässt grüßen. Je mehr Bolzen du herstellen kannst, äh, was? Je mehr Bolzen du herstellen kannst, hast. Was? Je mehr Bolzen du herstellen kannst, hast, umso vielseitiger wird die Armbrust. Besonders für's. Mhm. Vom Deutsch her gut, Leute. Aber es ist ja noch vor Release, das wird noch weggepatcht, ich schwör's. Ich wurde extra gebeten zu sagen, dass es vor Release ist, falls noch Fehler sind. Also es kommt morgen auf jeden Fall nochmal ein Patch. Deswegen jetzt hier nicht festnageln auf, äh, kannst, hast. Okay. Verdammt, Brusa. Dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Geil, ist das hier so campmäßig, Alter? Können wir das dann ausbauen? Wie fett ist das denn? Wie gesagt, ich hab mich noch null informiert, Leute. Aber find ich ja doch geil, weil... Auf ins Ungewisse. Wow, was ist das denn? Mit Bewegungsmelder, Leute, quasi. Mhm. Das geht voll automatisch. Voll high-tech. High-tech, Junge. Vielleicht müssen wir auch so Survivor retten oder so, das wär ganz cool. Das wär echt cool. Das würd ich ganz cool finden. So, wir sollen da runter. Das ist ein ganz schönes Stück. Können wir nicht die Karre nehmen? Oh, hier ist noch ein Lappen. Da ist noch ein Lappen. Und hier sind noch ein paar... Wobei, wir haben... Ne, wir haben zwei von drei. Mach mal. Flup. So. Und dann haben wir mal einen Nahkampf. Zack. Dann rennen wir ein bisschen mit dem Basie rum. Und dann sollen wir da runter. Wir können tatsächlich die Karre nicht nehmen. Ich nehme nicht Busersbike. Ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. Bolzen herstellen. Armbrustbolzen kannst du selbst herstellen. Für das Holz benötigst du... Äh... Zendern, Setzlinge und Schrott. So, hier haben wir doch bestimmt... Das ist wie bei Tomb Raider gestern. Was zum Teufel? Wo ist er? Bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt... Scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dick, ein Ende. Wo ist mein Schalldämpfer eigentlich hin? Warte mal. Mein Schalldämpfer ist weg. Klasse. Na, klasse. Hättet ihr den da hinten schon längst gekriegt, wenn ich hier... Keine Abkürzungen laufen. Aber ich brauch mehr Ausdauer. Ich brauch mehr Ausdauer. So. Oh, guck mal da. Tarnung, Markierung. Verwende das Fernglas. Ja, und dann können wir Gegner markieren. Irgendwas gefunden? Huch. Ich hatte recht. Die Drifter von letztens, die zwei auf dem Bike, die haben ein Versteck, die Straße hoch. Ja? Oh Mann. Ganz schön dickes Ding. Eine Art Wachtturm mit Zaun und allem. Genau richtig für uns. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn's dunkel wird, legen wir die Scheißkerle um und machen's uns gemütlich. Naja, die werden Waffen haben. Der eine von beiden sah ziemlich litiert aus. Wir packen das. Ja. Scheiß auf euch. So, ich würde gern die Armbrust nehmen. Wie kann ich denn die Armbrust ausrüsten, Leute? Da. Bolzen herstellen. Zack. Okay. Daryl, Leute. Daryl ist da. Guck mal. Den da. Ah, das sind auch noch welche. Guck mal da unten. Zielen. Armbrust. Schwerkraft. Oh, oh. Das ist geil. Geil. Also, das ist mit Dropdown quasi. Ne, wie nennt man das nochmal? So, guck mal, hier gibt's einen Moni. Die Frage ist, patrouillieren die oder bleiben die so stehen? Da hinten noch einer? Nö. Geil. Schön leise, Leute. Das werde ich immer versuchen. Ihr kennt mich. Hm, der hat ne Scharotze. Ne Scharotze. Schneller Waffenwechsel. Jo, das hab ich schon festgestellt, Digi. Okay, nice. Ich find das ganz geil. Wir werden das schön leise machen. Zumindest versuchen wir das. Ich mein, wenn ihr erwischt werdet, dann ist es so. Aber der Wille war da, Leute. Der Wille war da. Hier musst du echt langsam den Analogstick nach vorne. Bullet Drop. Genau so heißt das. Vielen Dank. Alter, dir geht das gegen durch den Hals durch. Aber sowas von. So. Tunnel ist da. Tunnel ist da. So. Okay. Wir können ja eigentlich. Oh, hat er mich jetzt gesehen? Kommt der jetzt hier hoch, oder was? Nö. Das Ding ist, ich spiel... Ich spiel ja ohne Auto-Aim. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Was das Ding ist... Wie, wie? Die zappeln halt... Geil. Der da hinten hat es nicht gehört. Sehr gut. What? Okay, ich glaube, das war kein Headshot. Guck mal, der rennt. Ich komm dich holen. Der rennt da gegen einen Baum. Haben die mich jetzt entdeckt? Nö. Warum gehen die denn? Hast du nämlich entdeckt? Nee, oder? Es sind ja nur noch die beiden. Würde ich behaupten. Nö. Er sucht noch, würde ich meinen. Von mir verprügeln, wa? Bäsis Gesicht, Junge! Bam, Alter! Das war der Letzte. Die müssen uns gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Wo, Sir? Ich hab hier Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm. Und dann um die Reisepläne. Ich geh jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Aber ja, ich würde das jetzt mal als lautlos einstufen. Oder? Komm. Ja, verdammte Freaker. Freaker heißen die hier, siehste. Ich hab vorhin noch gefragt, was ihr so für Ausdrücke kennt. Zombies, Beißer, Walker, Untote, Dinger. Gibt ja da verschiedene Sachen, wie die genannt werden. Aber Freaker? Naja. Wer es braucht. Schlechtes Wetter kann See- und Hörvermögen des Gegners beeinflussen. Nice. Nice, nice, nice. Dann springt man dann hoch, hat uns keiner gesehen. Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks. Und dann dieser verdammte Regen. Wieso? Regnet es andauernd. Wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Ja. Guck mal, wir umgehen die alle schön. Das ist doch super. Super, super, ne, 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 ne. Kann ich hier nicht drüber springen? Äh. Ich glaube, er ist hingefallen, Leute. A little bit, a little bit, a little bit hingefallen. Mist, verdammter. Oh, scheiße. Weg, weg. Lauf, lauf. Krieg ich die Bolzen eigentlich wieder? Ich hab jetzt noch einen Bolzen. So, jetzt looten wir den hier mal. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Müsste, ich krieg die Bolzen nicht wieder. Schade, Marmelade. Material benötigt. Ja, Holz. Ich brauche Holz, Leute. Holz. Holzi, Holzi, Holz. Okay, wir sind aber fast da. Okay, warte, den machen wir noch weg. So. So. Kann nicht mehr weit sein. Komm schon, Baby. Wo zum Teufel steckst du? Aber was ist denn eigentlich mit Holz, Leute? Ich hab jetzt hier nicht einen Busch gesehen. Also nicht so ein dünnes Bäumchen da. Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Ja, das ist natürlich weg, richtig? Und jetzt müssen wir dem Spuren folgen. Schwöre ich. Fünf Euro drauf. Malut gibt's keinen. Mein Bike ist weg. Fuck. Verdammt, Copeland. Hey, du bist aus Copelands Camp. Zum Teufel ist mein Bike. Hey, stopp. Halt, verdammt. Halt, verdammt. Ich hab dein Bike nicht, Mann. Ehrlich. Ich bring dich nicht um. Halt an. Verdammte Scheiße. Ich wollte jetzt schießen, Alter. Wenigstens ins Bein. Ich weiß nicht. Hey. Ich will nur mein Bike. Ich hab nichts gemacht. Oh, Gott, verdammt. Okay. Jetzt werde ich dich umbringen. Darf ich ihn jetzt endlich erschießen? Oha, das riecht schon wieder nach Ärger, Leute. Aber wisst ihr, an was mich das Spiel ein bisschen erinnert? Und worauf ich schon wieder richtig Bock hab auf das neue The Last of Us, wenn das rauskommt. Oha. Da trifft der Zahn, Leute. Da trifft der Zahn. Teil 1 war einfach Legende. Ich glaube, jeden Gamer, den du fragst, nenn mir ein Playstation-Spiel, was ultimativ geil war, wird jeder The Last of Us sagen. Jeder. Oh, Digga, du konntest doch jetzt da nicht... Ja, leg dich mit dem ganzen Camp an. Machen wir. Komm. YOLO. Oh, was jetzt? Ich weiß nicht. Öffnen. Okay, hier sehen wir die, ähm... Die Dingsbombs. Abgeschlossen 50%, warum auch immer. Achso, weil wir den... Wir haben die Drogen von dem noch nicht gefunden aus Folge 1. Verstehe. Deswegen auch Open World. Ah. Gucken wir uns doch mal kurz die Karte an. Herauszoomen. Okay, weiter geht nicht. Weiter geht nicht. Okay, sieht aber riesig aus. Gut, wenn wir nachher das Moped haben, dann, äh... Hey John, bist du das? Ja. Irgendso ein Wichser hat mein Bein geklaut. Davon weiß ich nichts. Da musst du mit Benni reden. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Ah, okay. Finde Money. Money, Money, Money. Okay, Leute. Da hinten ist Money. Aber an der Stelle müssen wir erstmal einen Cut machen und sehen uns dann zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Däumchen da und bis dahin macht's gut. Tschüss. Ah. 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 Ah.